ähm, gut boah, bin ich mal schusselig nach so einem krassen Song da muss man noch einmal kurz wieder sich ein bisschen durchatmen würde ich den Mixer einmal zusammen mixen und zwar greife ich dafür nach ganz vorne zu den Eishäfeln erstmal und packe diesmal auch da rein und dann den Shaker aufsatz der ist ganz vorne rechts vor mir auf den Shaker drauf gut zudrücken gut zudrücken genau jetzt hochnehmen oh, der war nicht ganz zu ich mach den nochmal ein bisschen zu mach den nochmal ein bisschen zu genau, einmal ein bisschen shaken da einmal raus so, Pia, es reicht doch mit dem shaken jetzt nehme ich mein Glas und shake einfach den ganzen Drink da rein so machen wir einen kleinen Taste-Test oh, perfekt schön fruchtig schön vanillig danke für die Zuschauer, Freunde neue Song kommt weiter raus ciao ciao